Also es war ziemlich beeindruckend erstmal, dass man mir nochmal vor Augen geführt hat, wie ihn meine Nahsicht nachlässt. Auch ich werde älter. Und man konnte wirklich schön stufenweise bei Eddorf-Linse und bei Multifokallinse die jeweiligen Unterschiede für sich mehr erfahren. Und es war beeindruckend zu sehen, der Intermediärbereich wurde besser, der Nabisus bei der Eddorf-Linse nichts wesentlich, ein bisschen besser schon. Und bei der Multifokallinse habe ich gemerkt, der Nabisus ist viel besser, aber das Kontrastsehen nimmt ein bisschen ab. Also was mich beeindruckt hat, ist, dass man wirklich jetzt dem Patienten auch klar machen kann, hier geht es nicht um eine Simulation, hier geht es nicht um irgendeine Fake-Geschichte, sondern die können die Bilder ja auch sehen, die sie sehen vor dem Ralf und dann für sich erfahren, wie ist der unterschiedliche Eindruck, wie ist mein subjektives Empfinden, was ja bei jedem ein bisschen anders ist. Vielen Dank.